Tag auch, da wieder wieder Veganogs BBQ. Heute vor einer Grillmesse in Düsseldorf. Wir haben hier so ein kleines Treffen mit ein paar YouTubern. Ich weiß ja eigentlich noch gar nicht, was wir hier heute machen. Ich werde hier auf jeden Fall mal über die Messe gehen. Ich werde das mal mitfilmen und vielleicht springt ja da auch ein kleines Filmchen für euch mal rum. Also ich würde sagen, wir gucken mal eben, wer alles da ist, mit denen ich hier leide. Ich übernehme einfach mal die Kamera. Na klar, dann haben wir hier den Sascha. David, ich grüße dich. Hoi. Du hast du was? Ja, ich habe dich. Hallo. Hoi. Alle vertieft in Gesprächen. Also gehen wir jetzt da hier erstmal rum und schauen mal, was hier so passiert. Bis gleich. Das war jetzt eine Runde mal hier drüber und ich habe da gesehen, ganz schön viel. Größer, als ich gedacht habe und es macht echt Spaß hier. So, wir machen jetzt nochmal eine Runde, wo wir ein paar Gespräche führen. ? Das war jetzt mal. Tha issues Valter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020